Hallo, ich bin der Nordstern und ich habe ein Problem. Hallo Nordstern! Willkommen, willkommen zu einer neuen Runde Gruppentherapie. Ein bisschen verzögert, weil ich noch ein paar Sachen abklären wollte, die ich in der Episode auf jeden Fall angesprochen haben will. Ich habe mir außerdem eine kleine Liste gemacht mit Dingen, damit ich auch nichts vergesse. Trotzdem habe ich vor, das hier nicht unnötig lang zu machen und ja, ich denke, ich fange gleich an, damit die Episode kurz bleibt. Als allererstes habe ich einen kleinen, ja, Shoutout, wie es so schön heißt. Sir Shadow Knight hat sich an einem kleinen Rätsel beteiligt, das ich auf dem Discord-Server gestellt habe, als das Sherlock Holmes Let's Play zu Ende ging. Ich hatte gefragt, wie man Schuberts Forelle mit Sherlock Holmes in Verbindung bringen kann und er hat bewiesen, dass er Google benutzen kann. Natürlich gibt es Filme über Sherlock Holmes, mehr als einen. Es gibt Filme, Serien und weiß der Teufel. Und ja, in einigen Filmen spielt Robert Downey Jr. Sherlock Holmes und in einem dieser Filme taucht auch James Moriarty auf und er singt Schuberts Forelle. Wer die Filme noch nicht gesehen hat und alt genug ist das zu tun, denen empfehle ich das. Nicht nur, weil ich Robert Downey Jr. nicht so schlecht finde, sondern weil ich die Filme eigentlich sehr unterhaltsam finde. Sie sind nicht auf dem Niveau, das man vielleicht von einigen Serien kennt. Ich weiß, Christopher Cumberbatch hat da eine exzellente Sherlock Holmes Geschichte am Laufen, eine Serie. Aber Robert Downey Jr. macht es auch nicht schlecht. Sehr unterhaltsam. Genug Werbung von Filmen. Viel wichtiger, diese Woche kann es zu kleinen Unterbrechungen der Videos kommen. Grund dafür ist natürlich das echte Leben. Ich habe am Mittwoch eine Untersuchung im Krankenhaus bei einem Chirurgen. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, um was es geht. Schon gar nicht ohne, dass ich eine richtige Diagnose vom Facharzt habe. Aber je nachdem, wie das ausgeht, im schlimmsten Fall behalten die mich dort. Und dann werde ich erstmal keine Videos bringen können. Ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Discord ist auch auf dem Handy verfügbar. Das heißt, dort werde ich auf jeden Fall am Mittwoch irgendwas reinschreiben bei den Neuigkeiten. Ansonsten, wenn das gewünscht ist, werde ich eventuell nochmal eine Gruppentherapie bringen. Entweder nächstes Wochenende oder das drauf, wenn ich dann irgendein Ergebnis habe von der Untersuchung. Macht euch keine Sorgen, es ist nichts lebensbedrohliches. Aber ich möchte es auf jeden Fall erledigt haben. Nur damit ihr wisst, falls am Donnerstag kein Video kommt oder so, dann melde ich mich irgendwie auf Discord. Dafür ist es da. Gut, das nächste, was den Kanal betrifft. Das Warhammer Let's Play neigt sich dem Ende. Diejenigen von euch, die es verfolgen, werden es wissen. Wir haben noch zwei Rituale. Eins davon haben wir schon begonnen. Da müssen wir jetzt nur noch neun Runden überleben, wenn man so möchte. Und danach haben wir schon genug Punkte für das letzte Ritual. Dann ist die Kampagne abgeschlossen. Damit auch das Dunkelelfen-Let's Play. Auf Discord wird schon ein bisschen diskutiert, welche Spiele in Frage kommen, wie wohl die nächste Abstimmung aussehen wird. Wer da Interesse hat, sich zu beteiligen, ist herzlich eingeladen. Da gibt es einen eigenen Kanal für die Abstimmungen auf dem Discord-Server. Link dazu nochmal in der Videobeschreibung. Und bisher sieht es so aus, dass die Abstimmung wieder Warhammer 2 beinhalten wird. Wir haben noch sehr viele Rassen gar nicht gespielt. Dann gibt es eine neue Kampagnenkarte mit, oder neuen Anführungszeichen, inzwischen auch schon wieder ein halbes Jahr alt, mit Reiche der Sterblichen. Und ein neues Volk seit Januar, Khemri, die untoten Könige der Wüste. So ein bisschen Ägypten und Zeug. Und da gibt es dann jede Menge Möglichkeiten. Da gäbe es dann zwei Abstimmungen. Zum einen die, welches Spiel, wenn Warhammer gewinnt, gibt es eine zweite Abstimmung, welches Volk. Kampagne wäre auf jeden Fall Reiche der Sterblichen. Weil ich Malstromkampagne nicht nochmal machen möchte jetzt als Let's Play. Aber das werde ich dann im Abstimmungsvideo nochmal genauer bringen. Das Video zur Abstimmung wird es wahrscheinlich in der ersten Aprilwoche geben. Denn so lange wird Warhammer auf jeden Fall noch dauern, denke ich. Zweites Spiel, das in der Abstimmung wahrscheinlich auftauchen wird, ist Northgard. Das habe ich vor Weihnachten, glaube ich, in einem Cell gekauft. Und ist noch Early Access. Macht aber trotzdem richtig viel Laune. Und beschäftigt sich ein bisschen mit der nordischen Mythologie. Ist auch ein Aufbauspiel mit ein bisschen Strategie und einigen tollen Möglichkeiten. Werde ich auf jeden Fall noch einen Sonntagsausflug dazu bringen, damit ihr das ein bisschen kennt, bevor das zur Abstimmung kommt. Das nächste Spiel wäre dann Surviving Mars. Das ist vom Hersteller Paradox. Die machen auch Stellaris und Europa Universalis 4 und Hearts of Iron 4 und das ganze Zeug. Ziemlich aktiver Entwickler, sage ich mal. Und Surviving Mars ist ein neues Spiel, das die am 31.03. rausbringen. Ist also jetzt noch nicht verfügbar, aber wird dann für den April verfügbar sein. Ist ein Singleplayer-Spiel. Und es geht natürlich darum, auf dem Mars zu überleben. Man schließt sich quasi einer Organisation an, einer Behörde, einem Weltraumprojekt. Ob das jetzt die NASA ist, die ESA oder SpaceX und, und, und. Das ist alles in dem Spiel berücksichtigt und steht dort zur Auswahl. Dann stellt man sich die ersten Raketen zusammen, wo man Roboter hochschießt, die dann dort die Infrastruktur aufbauen. Muss für Sauerstoff sorgen, für Wasser, für Nahrung, für allen möglichen Kram, Energie. Und dann bringt man irgendwann die ersten Siedler da hoch, die dann ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Und dann muss man diese ganze Geschichte dort aufbauen. Das Ganze wird ein bisschen erschwert. Natürlich durch die Lebensumstände da oben. Durch Zufallsereignisse. Was, wenn die Wohnkuppel von einem Meteor getroffen wird und lauter solche Geschichten? Stromausfälle. Wer den Film Der Marsianer mit Matt Damon gesehen hat, der kann sich ein bisschen vorstellen, was da so alles passieren kann. Und das wird in dem Spiel dann auch ein bisschen dargestellt. Einen kleinen Ausblick auf das Spiel kann ich leider im Moment noch nicht geben, weil ich es natürlich nicht habe. Wer es sich aber mal anschauen möchte, der findet in der Videobeschreibung einen Link zu einem anderen YouTuber. Der gute Quill18. Martin, das ist ein Kanadier. Keine Sorge. Er spricht sehr deutlich und sehr sauberes Englisch. Er hat es wahnsinnig drauf. Er kommt auch aus der IT-Ecke. Er heißt mit Vornamen auch Martin. Ist ein sehr, sehr sympathischer junger Mann. Und er macht hauptsächlich solche Strategiespiele, Aufbauspiele, Paradox-Titel, spielt jede Menge Zeug, das euch wahrscheinlich auch gefallen dürfte. Ich mache wahnsinnig viel Werbung für andere YouTuber heute. Ja, und der hat quasi so Deals mit Paradox am Laufen. Er darf vorab schon die Titel testen. Er ist bei den Livestreams mit den Entwicklern dabei und macht Werbung ohne Ende für die Spiele und so weiter. Und er hat jetzt schon eine mehrteilige Tutorial-Serie für Surviving Mars gebracht, um den Leuten den Einstieg zu erleichtern, wenn es dann losgeht, weil das Spiel wohl nicht so ganz problemlos zu machen ist, ohne ein bisschen Hintergrundwissen. Das vierte Spiel für die Abstimmung war ein Wunsch von Uton. Er wünscht sich Battletech. Sieht für mich sehr interessant aus. Nach allem, was ich bisher so gesehen habe und was ich aus der Unterhaltung erfahren habe, spielt sich das wohl ein bisschen wie XCOM, nur mit riesigen Robotern. Und ja, viele von euch werden Battletech noch kennen. Das war früher mal ein Tabletop-Spiel und davon gab es dann auch schon ältere Videospiele, ich glaube in den 90ern und Anfang 2000 und solche Geschichten. War jetzt lange, lange ruhig um die ganze Geschichte und das wird jetzt rebooted. Kommt im April raus und ja, passt voll. Habe ich großes Interesse dran, würde es hier auf dem Kanal sicher gut machen. Und wenn solche Vorschläge kommen, bin ich nur zu gerne bereit, die auch dann anzubieten. Dementsprechend vielen Dank an Uton und wie gesagt, wenn ihr noch Interesse habt an irgendwelchen Spielen, die an die Abstimmung ran sollen, macht mit, diskutiert mit. Dafür ist der Discord-Server da und so bringe ich dann die Spiele, die ihr sehen wollt. Und solange es einigermaßen sinnvoll ist natürlich und auf den Kanal passt. Und da ist das Hauptproblem, ich sollte auch Spaß an dem Spiel haben, sonst mache ich das widerwillig und ziehe es vielleicht nicht durch. Okay, das wären die großen Ankündigungen und im Großen und Ganzen war es das jetzt auch schon für die Gruppentherapie. Okay, wir hatten auf dem Discord-Server noch eine kleine Diskussion über Rollenspiel. Da haben wir ein bisschen gesprochen wegen dem Sonntagsausflug King, dem Come Deliverance. Da hatten wir auch gesprochen wegen Elder Scrolls Online, wo derzeit ein Let's Play läuft. Hatten dann auch von Pen & Paper Rollenspielen ein bisschen was, Shadowrun und so weiter. Und dementsprechend kam dann auch auf, ich habe mal einige Zeit LARP gemacht, Live Action Roleplaying. Das heißt, man rennt wirklich mit einer Rüstung durch den Wald und macht Rollenspiel mit anderen Leuten, die das gleiche tun. Man hat eigentlich keine echten Schwerter oder so, sondern im Prinzip Fieberglasstöcke, die mit Schaumstoff umwickelt sind, mit Latex umwickelt, um die haltbarer zu machen. Und dann sind die im Normalfall noch angestrichen, dass die aussehen wie Schwerter. In einigen Serien sind solche Latex-Waffen, Latex-Spielzeug-Schwerter, auch tatsächlich in Filmen genutzt für Kämpfe mit Schauspielern oder Unterschauspielern. Wer die alte Serie Xena zum Beispiel noch kennt, wo die Schwerter fast so dick waren wie eine Hand, das waren Latex-Waffen, damit die Schauspieler sich nicht verletzen können. Und ja, das ist ein Hobby, das machen Menschen in ihrer Freizeit. Deshalb, da kam auch schon die Frage auf, ob ich selbst schon mal eine Plattenrüstung anhatte, weil man mit denen ja schleichen kann, wenn man die auspolstert. Ja, ich hatte schon eine Plattenrüstung an, ich habe selbst mal Kettenhemden zusammengehäkelt. Das volle Programm, alles im Zuge von Lab, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber irgendwann ist man halt nicht mehr so dabei, ist relativ teuer und vor allen Dingen auch zeitaufwendig. Und die Leute haben irgendwann ein echtes Leben und dafür weniger Zeit, ziehen weg und dann ist Entfernung auch noch ein Problem. Und wer mal probiert hat, zwölf oder dreizehn Leute unter einen Hut zu kriegen, dass alle an einem Wochenende Zeit haben, der weiß, wie schwer das ist. Aber ich habe versprochen, eine alte Lab-Geschichte zu erzählen, wegen gutem Rollenspiel und was man so ausspielt. Und ja, ich war früher in einer Gruppe dabei, wo jedes Gruppenmitglied einen medizinischen Hintergrund hatte. Ausgenommen ich natürlich. Wir hatten alles vom Rettungssanitäter und Anästhesisten und was weiß ich. Es ging wirklich bis Leichenbeschauer. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Facharzttitel dafür heißt. Da könnt ihr mir in den Kommentaren sicher aushelfen. Jedenfalls hatten wir wirklich alles da, um alles Mögliche zu versorgen. Und da es beim Lab gelegentlich auch mal zu Verletzungen kommen kann, hatten die natürlich ihre Arzttasche dabei. Das ist ein bisschen mehr als ein einfacher Erste-Hilfe-Koffer. Da war wirklich viel Zeug drin, was man sich eben von Rettungssanitätern so wünscht. Beim Lab gibt es die Regel, Kopftreffer werden nicht durchgeführt, weil es einfach zu gefährlich ist, mit einem Fieberglasstab auf den Kopf zu hauen. Ähnlich geht es am Hals. Das ist auch zu gefährlich. Man kann einem damit, wenn man es drauf anlegt, den Kehlkopf kaputt machen. Genitalbereich ist ebenfalls tabu, weil das einfach eine zu große Schmerzzone ist. Und so gibt es eben so ein paar Spielregeln, an die man sich hält. Die Waffen haben einen Durchstoßschutz und solche Geschichten. Trotzdem soll man nicht mit der Spitze zustoßen, weil das Latex und der Schaumstoff zur Seite biegen kann. Und dann hat man direkt den Fieberglaskern. Das kann also auch gefährlich sein. Und so gibt es halt ein paar Regeln, an die sich grundsätzlich auch so ziemlich jeder hält. Und dann geht es auch verletzungsfrei ab. Aber wenn das halt so ist, dass da 30 Leute pro Seite aufeinander rennen als Orks und Menschen in Rüstungen und Schilden und Hasten nicht gesehen, dann kann das halt im Getümmel mal dazu kommen, dass jemand an einer Stelle getroffen wird, wo es nicht beabsichtigt war. So auch in dieser Schlacht passiert. Ein Ork wurde von einem Ritter am Hals getroffen mit dem Schwert und ist zu Boden gegangen. Es war kein harter Treffer. Der Ritter hat abgebremst und das war auch überhaupt keine Absicht. Der Ork hätte den Treffer ignorieren dürfen, weil Halstreffer sind illegale Treffer. Aber er hat sich gedacht, ich spiele das jetzt aus. Und hat also sich an den Hals gelangt, hat angefangen zu gurgeln und hat Schnappatmung simuliert, ist zu Boden gegangen, hat noch kurz gezuckt und dann war leblos. Das Kämpfen wurde eingestellt, weil da gab es offensichtlich im Zwischenfall und dann macht man da nicht mehr Großschlacht, sondern dann macht man Platz für Hilfskräfte. Die Rettungssanitäter aus der Gruppe sind losgehetzt zum Zelt durch Schlamm und rutschige Laufstrecken, weil es hatte geregnet ohne Ende. Die haben sich den Arztkoffer geschnappt und sind zurückgehetzt. Und als der zurückkam in dem Arztkoffer, lag der immer noch reglos auf dem Boden. Dann haben die Leute Platz gemacht und haben angefangen, erste Hilfe zu leisten. Und als dann der Rettungssanitäter mit dem Skalpell am Hals war, um Luftröhrenschnitt zu machen, so lange hat er das durchgezogen, macht er die Augen auf und meint, ihr wisst schon, dass ich nur spiele, oder? Soviel zu gutem Rollenspiel. Man kann auch alles übertreiben im Leben und dann war erstmal wirklich die Stimmung auf Nullpunkt und da war für den Rest des Tages nicht mehr viel Rollenspiel angesagt. Das mal zu gutem Rollenspiel und zu Regeln, die man vielleicht irgendwie einhalten könnte, einfach um das nochmal an die Discord-Diskussion anzuknüpfen. Ich hatte versprochen, ich erzähle diese Geschichte und hiermit passiert. Das wäre dann aber auch das Ende der heutigen Gruppentherapie, des heutigen Videos. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es in dieser Woche dann läuft. Abstimmung im Anfang April auf jeden Fall. Und ja, hoffentlich fandet ihr es interessant. Mal wieder etwas aus dem echten Leben von mir. Bin mal gespannt, wie das ankommt. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haltet ihr und steif. Ciao, Freunde.